Welche Stadt sehen wir da? Potsdam! Welche Stadt? Potsdam! Oh, Schatz! Potsdam! Ja, ist schon alles bunt. Was sehr schön ist. Aber der Park sieht richtig geil aus in der Sonne. Natürlich, wenn da jetzt schon der Mond war. Wo haben wir ihn denn? Irgendwo ist der Mond hier. Ja. Irgendwo da oben am Himmel. Und wir sind arschkalt. Also ey, wir haben gerade Eis gegessen. Ja, und da kriegt man von McFlurry, also wir dürfen ja keine Namen nennen, aber bei McDonalds kriegt man da solche Hüte. Also Hüte? Nein, solche Decke für McFlurry. Und die kann man den ganz toll aufsetzen. Harte! Warte! Kann man den ganz... Warte! Ich brauche, setze den mal selber auf. Für... Ganz toll! Ganz toll! Ja! Ja, toll! Wenn der nicht immer runterfallen würde. Ja! Wenn man jetzt aber nun hier noch ein Gummiband befestigen würde, ihn mit Blättern von da unten bekleben würde, dann könnte man den heute zu Halloween aufsetzen. Ja! Zeig mal meinen Mund kurz! Ein großer Hund! Ein großer Baubau! Nein! Nicht umbrennen! Ach du Scheiße! Ich hatte große Hunde! Ja! Der steigt jetzt da hin oder was? Ja! Ja! Verhältet euch doch noch! Und nicht der Dicke in den Hufen! Was kann ich denn? Der ist stürmisch! Ja! Und diesen Hut könnt ihr gewinnen, indem ihr einen Kommentar unter diesem Video macht. Könnt ihr diesen Hut gewinnen? Und so ein Paper in Autogramm! Das ist ein einmaliges Angebot! Es gibt nur ein Exemplar noch! Nur ein Exemplar! Also macht ein cooles Kommentar und ihr kriegt es! Vielleicht! Mal sehen! Wenn man das beste Kommentar bekommt! Ja! 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 Ja!